Hallo! Mir wurde gesagt, Johnny hat Bock zu Trash-Talken und wir treffen uns deswegen. Also mir wurde gesagt, dass Johnny dich schon IRL beleidigt hat und deswegen... Also mir wurde gesagt, dass Johnny es einfach nicht drauf hat und einfach ein Kack-Boom ist. Mir wurde gesagt, dass das gleiche ein ganz schnelles 3-0 wird. Ja, das wurde mir sowieso gesagt. Ich habe die Ergebnisse schon mitgeteilt. Mein Chat weiß schon Bescheid. Ich meinte ja, wir sollen Best-of-Seven spielen, weil das noch zu schnell geht. Ja, es ist schön, dass ihr... Ja, um dann noch eine dollere Niederlage zu kassieren. Ich glaube, das können wir mental nicht machen. Best-of-Seven, weil ihr 4-0 verlieren wollt, verstehe ich. Ich habe euch doch schon vorhin den Defeat-Screen gezeigt, oder nicht? Was anderes werdet ihr heute nicht sehen. Ja, dann würde ich sagen, geben wir jeder unseren eigenen Call und treffen uns danach nochmal wieder hier irgendwann. Ja, macht gut. Viel Erfolg euch, ne? Ja! Bart, Bart, kannst du bitte uns wenigstens noch einmal beleidigen? Du warst viel zu nett zu uns. Ja, ich habe auch ganz schlecht zu wissen. Film mag ich am liebsten von euch. Ciao! Was bannen wir denn? Habt ihr gescoutet? Ich würde Akali und Irelia bannen, auf jeden Fall. Und dann muss man sehen, was ihr weghaben wollt. Akali, Irelia und Brand? Ja, das wäre zum Beispiel eine Idee. Ja, von mir aus gerne. Dann kümmert euch drum. Ihr macht die Buns. Aber lockt noch nicht ein, weil die sehen sie jetzt nicht. Warte mal, wo ist denn Brand? Warum finde ich Brand nicht? Warum bin ich blind? Weil die Brand nicht haben, maybe. Äh, doch, müssen sie doch, Johnny. Irgendjemand hat sie doch gespielt im Brave. Ah, ganz unten. Ganz unten, ganz unten. Ja, aber... Kickst du noch was dran? Kickst du noch, Irelia? Warum ist das nicht alphabetisch sortiert? Ja. Ah! Ja, perfekt. Das ist der Flex. Das ist der Flex, aber nur zwei Bands. Oh, first pick Graves. Oh, da kommt direkt Irelia. Da ist Irelia, nein! Das ist der erste Fehler. Sie haben Graves durchgelassen. Irelia ist ein Sau. Johnny ist Ari. No, er spielt Ari! Ja, er ist Ari main. Wir können nächste Runde Ari bannen sonst. Okay. Was ist mit deiner Laser-Looks? Laser-Mädchen? Ja, Lux. Aus dem Lux. Ari. Ach so, warte, ich kann mit dir tauschen. Ja, eben. Genau. Oh, das ist ja so nice. Vor allem, wir haben das einfach in League nicht, ne? Und hier ist das einfach so automatisch drin. Beste Funktion der Welt. Ach so, oh, verdammt. Ich hätte vielleicht mal eine andere dazu machen sollen, ne? Hättest du kommen, meine Damen und Herren, ne? Abfahrt. Game 1. Ja, geil. Ah, ich mach ne Pügel. Beste Anforderation. Sei er Rakan oder Sig Senna? Wir haben Graves, also ihr könntet auch Sig Senna spielen. Sag, was besser ist. Hm, spiel mal... Ja doch, Sig Senna ist okay. Pass. Okay, die haben's Senna gepickt. Hm, denke ich so Rakan. Sig's ADC sind die gegangen. Okay. Habt ihr alle krasse Skins? Mhm. Absolut. Nein. Ja. Phil, dann lad auf. Nee, das ist ja auch kein Spaß mehr. Das ist jetzt hier das Finale. Ähm, wie ist euer Reporter? Könnt ihr zur Crab kommen? Das ist geil. Ich komm. Ich outmove einfach. Ich glaube, er spielt mit mir so ein bisschen. Aber das ist nicht schlimm. Die kommt runter. Senna kommt runter. Ich bin auf dem Weg. Die will die Crab haben. Ich bin da. Ist das eine Sau in Mitte? Ja. Der hat mich. Nice. Nice. Oh mein Gott. Nice. Nice. Well played. Sehr gut Team. Ganz Mitte bleiben. Bleib auch Mitte. Ja, ich hab ihn. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Schönes Ding. Nice one. Good job. Mitte. Ich hab getallengeable. Ich hab getallengeable. Good job. Nice one. Oh Gott. Johnny Smurfing, dude. Können jetzt rotulen. Ist ein bisschen auf. Ah. Ich hab den gerade gerne gemacht. Ich hab den gerade gerne gemacht. Ich hätte gerade... Ne, Tauchen lernen. Jawohl! Johnny! Nimm das! Okay, gebt ihr beide noch mal am besten... Hab ihn. Irea ist. Irea ist hier bei uns im Jungle. Der hat dich plant. Na, schade. Wir können das. Wir können das. Wir können das. Wie gesagt, wenn die kommen... Wir müssen auf Sixthold aufpassen. Genau, auf jeden Fall. Ja. Und wenn die kommen... Und auf Luxthold auch. Das ist schon ein bisschen gefährlich, aber... Also lass sich am Ende einfach sicher smiten, ne? Ja, lass sich am Ende einfach... Nicht mal angreifen haben. Nicht mal am Ende angreifen. Unter... Okay, stopp, stopp. Okay. Nice, gut, gut. Ich mach weiter. Nice. Nice. Ich hab hier noch raus. Clean ulti. Clean ulti. Nice one. Dann raus. Let's go, Leute. Good job, raus. Good job. Der Nexus, der Nexus, Leute. Oh, 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 oh. Michael, was ist das? Was ist wie ein Dammit? Wie gesagt, also Irelia... Irelia ist wirklich ein Must-Have-Bun. Das ist... Jo. Ich hab das Game! Oh! Nein! Aber richtig geiles Game, das war richtig close. Das war wirklich cool. Bis auf den Fakt, dass Phil kam und mich von hinten gedeift hat. Das war ein bisschen... Kurz geschlafen. Kitsi, hast du das jetzt gefixt? Ja, also hast du doch grad gesehen, ne? Ich hab mit Bild und mit Sound gespielt. Es ging nur um dich, glaub ich. Oder? Es geht um Kixi. Es ging um Kixi. Es ging um Kixi, ja. Ja. Chill. Unangenehm. Hast du denn bei der Capture Card mal dieses Deaktivieren, Aktivieren probiert? Ultra viel. Es war am Ende dann doch das... Es geht nicht um dich! Ach so. Danke, Johnny, danke. Wow. Aber diesmal auch alle bannen. Also diesmal bannen wir Akali und Irelia, ne? Akali, Irelia und was noch? Brand hatten wir, aber ich kann auch was anderes bannen. Ne, wir können auch Brand bannen. Akali, Irelia. Wir können auch machen. Wir können auch Wukong bannen und ich pick Sin Sao und dann hat er keinen Jungler mehr. Ja, mach das. Mach das. Dann ban ich Wukong. Wukong? So. Mundo. Ich mich erwartet. Mundo auf der Top. Let's go. Ne, Muri hat immer Mundo gespielt. Ich war ein Troll. Ach so, Muri hat Mundo gespielt. Oh, Ari offen. Ja. Ah, jetzt wird man den Sender weggefickt. Das ist ja klar. Ist aber nicht so schlimm. Du gehst eh auf Nami. So, nochmal schnell einen Skin gekauft, wie sich das gewöhnt. Oh, da ist die, die Bubble. Das ist ja, ich würde. Das kann das, ne, Sinn müsste, gerade Base, das kann sein, dass da relativ früh top kommt. Oh. Oh. Das sind gerade beim, beim Blue Ball für Köln in Rates. Oh, Gratis. Oh, Gratis. Oh, Gratis. Oh, Gratis. Oh, Gratis, Gratis. Okay. Ach, Dreck, ist jetzt oben, ne? Ich gucke mich. Ich gucke mich aus dem Garten. Ich gucke mich aus dem Garten. Oh, das ist so bitter. Das war's. Wir haben absolut. Ah! Ich bin nochmal Top-lane. wirklich einen großen unterschied macht so dass es zwar nicht gemäßig aber ich glaube die spielen halt permanent ist sehr schön als das heißt jetzt ich habe echt wenn ich habe schon aufpassen es kann sein dass die hohe tieren wir haben auch kein kennenzulernen ist also passt auf rechts unseren jahren naja wenn ich trotzdem bleiben ich kommt zur mitte ich komme ich habe noch ein ich mache im solo bolo nummer zwei auch so ja habe ich glaube ich steppe auch sehr gut schön etwas treffen schauen eine bubble oder so ich habe ultimate wenn du willst sehr gut aus aus die brand der brand macht damit von oben ist einmal kurz ein stück weggehen die sind alle ziemlich klar ich glaube ich komme gerade ich komme gerade ich komme gerade ich komme gerade von der seite das spielen auf jeden fall auf jeden fall raus 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 gehst du bist super ein bisschen schwierig ich komme hin aber es dauert ein bisschen ich nehme mir dann ist das ein klaus weiter wird es mit dem mann ich muss noch mal vielleicht sogar den drake machen haben wir den fight gerade gewonnen aber verlieren die objekte wir müssen es unbedingt zum drake ich habe wieder ultimate aber kein mana oder wenig mana aber ich kriege ich kann noch ein bisschen denken hinter uns sind uns das auch kommt der great muss ich habe grace oder ultimate geklickt bekommen wir haben wegkriegt egal wir haben ja alles gewordet hier kann mann wir haben noch zu wenig türmer ist trotzdem bei euch ich habe teleport wieder ready also ich kann hinkommen ist schön ich hab den hochkrieg ich hab den hochkrieg ich hab den wir haben die wir haben die wir haben die da geht noch was nice von gg das hinterher ja gut job reichs von tut im seelen sehen die lassen haben den namen haben den namen gut oder wer da einfach fein ja okay go 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 we können wir können das wird wir können auch nicht weg laufen Ja, ich bin da drinnen. Ich hab dich, ich hab dich, ich hab dich. Danke. Nice, it's game guys. Nice one, nice one. Hier, bot. Ambulance. Ambulance. Das waren fünf Plankenwagen. Währenddessen ich einfach so halb verdorben auf dem Boden. Na, easy, come on. Wir können jetzt anfangen, richtig zu spielen, oder? Jetzt habt ihr eure beiden Spiele Vorsprung. Ja, danke, danke. Ball war aber, ihr hattet uns ja komplett am Sack. Ja. Der Nasher war... Hätten wir den Nasher bekommen, wär's wahrscheinlich andersrum ausgehauen. Safe, safe, safe. Wir waren komplett doomed. Das Game davor war auch richtig krass. Bis Minute zwölf war einfach dead even. Und dann war der Nasher und das Game vorbei. Das hab ich auch grad gesagt. Ich hab das Gefühl, du snowboardst in dem Game so hart, wenn du eine gute Aktion hast im Late Game. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Wichtige Frage. Wollen wir dabei bleiben, oder wollen wir was anderes tryen? Ich find immer noch, es läuft eigentlich supergut, so wie's läuft. Das ist crazy. Ja, aber es wär aber, glaub ich, auch witzig für den Überraschungsmoment. Aber wie gesagt, mir ist es egal. Ich spiel, was ihr wollt. Mir ist es auch egal. Wir können's einfach gerne für den Überraschungsmoment ja einmal versuchen. Ja. Oder nicht. Auch wenn's gut lief, wir haben jetzt zweimal verloren. Mori, wenn du jetzt nicht so gut performst wie ich, ne? Dann bin ich echt enttäuscht. Ach, das macht Mori. Mori ist quasi, ähm, Mundo Main. Wieso? Ja, warte mal, haben die irgendwas geswappt? Die haben doch irgendwas da geswappt. Wer ist denn jetzt wo? So, kann jetzt wir gucken gegen wen nicht länger? Machen wir mal ein Vaid? Top-Lang? Ne, ne? Äh, ne, ne. Auf den Cooldown. Ja, passt, hab ich. Danke. Ah, ich hab ihn! Axtin! Nein, doch nicht! Ah, die ist auf Cooldown! Die ist auf Cooldown! Oh, oh! Das war so close. Hat der Barrier dabei oder was? Ja. Muss ja. Oh, hätte er das nicht gehabt, er wär tot gewesen. Im Solo-Kill. Mori insane. Ich sag ja, du bist der bessere Spieler von uns beiden. Du bist einfach Mundo-Maschine. Jo. Bin gleich da, bin gleich da. Sehr schön, Root. Oh, ich! Ich hab Akali den Weg abgeschnitten. Oh, verdammt. Oh, oh, Reiner mal Luft, Reiner. Ja, ich bin drin, ich bin drin. Aber mehr reingeht nicht. Die kann's weiter, chase weiter. Die kann's weiter, chase weiter. Gut, Mori! 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 Mori zum Drake, Mori. Mori zum Drake, Mori. Mori zum Drake, Mori. Ich geh doch zum Drake. Ich geh doch zum Drake. Ich geh doch zum Drake. Oh, Hilfe, Dankeschön, mein Schatz. Guck mal, Teamwork. Muss ein ganz schnell, ganz schnell jetzt aber sein. Ich bin gleich da. Ich bin gleich da. Oh, die kommen wieder, die kommen wieder. Ich kann mal auch, ich kann mal auch. Wir haben den Drake. Nein, wir haben nicht den Drake! Ich hab ihn leider gekippt. Hol den Wukong hier. Kommt her. Ich muss space. Warum können wir nicht einfach mal Objekte machen? Jo, es ist so insane. Wir sind krass, Leute. Wir sind einfach so bad. Ja, 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 tp, tp, tp. Ihr kriegt gleich erstmal jetzt dabei noch. Gleich kommt es real. Ja, wir können das spielen. Ihr könnt fighten. Lass langsam fighten. Ich hab die Soraka. Ihr könnt rein. Auf jeden Fall. Ich hab die alle getroffen mit der Ult. Vielleicht kannst du hinterher setzen. Nila. Ihr habt keine Säulein. Ich hab grad schon geultet. Wir können pushen. Wir können pushen. Ja, nehmt den Tower. Auf jeden Fall. Und dann aber sollte wir gehen. Denkt an, hat Vokon holt. Nee, sollte nicht wieder. Sollte nicht. Ähm, Redbuff nehmen, wenn er da ab ist. Ja, ja. Fersil, Fersil. Und dann aus der Base. Weil die müssten jetzt schon gleich wieder bei euch sein. Ihr müsst da schnell weg. Ich hab jetzt aber tp auf cooldown, ne? Ja. Ich werd jetzt kurz auf die Botrenn. Die auspushen. Der Nächsten ist wieder. Ich push mit aus. Ich push mit aus. Pass auf. Aber da hab ich halt alleine. Ihr müsst. Verdammt. Aber halt Ult raus alle. Oh Gott. What the fuck? Dieser Akali-Damage, ey. Holy shit. Wenn wir die nicht kriegen, ist Lost. Also wir müssen die echt fokussen. Wir müssen Soraka kriegen. Da kann ich down, da kann ich down. Nice, nice. Sehr gut. Let's go, let's go. Mori, alter Maschine. Mori. Oh, junge Mori, ey. Ich muss raus, ich muss raus. Ich muss raus. Oh, ich überleb das. Ich lebe mit 5 HP. Sehr, sehr gut. Let's go. Still enough. Crazy einfach. Mori, die alte Legende hält dieses Spiel einfach am Laufen. Mann, das ist so, thank you, holy fuck. Seht der schon selbst, wenn die Fehler machen, ne? Also ist mir trotzdem halt mega schwer, das den Fight zu gewinnen. Hm, starten ist halt wieder ein Gamble. Haben wir... Oh, hier ist Soraka, ich hab sie. Ich kann was? Nice. Nice. Sehr wichtig. Okay, sollen wir den Drake-Coin flippen, ist die Frage. Ja, ja, ja. Jetzt rauf, jetzt rauf, 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 rauf. Diesen Mitte. Haben wir einen Red Trinket hier? Nein, ich so ihn dann weg, ich so ihn weg, ich so ihn weg, ich so ihn weg, ich mache nicht so viel damage, glaube ich. Okay, wir können wir... Fight, 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 fight. Ich hab ein Baum, die Kaiser, ich hab die Kaiser, die Mocom. Okay, jetzt können wir, jetzt den Drake. Go 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 Leute. Könnt ihr aus der Mitte weg oder mögt ihr den Tag? Ihr habt keine Wave, ich muss das angewendet. Dann bin dran, wir machen das game. Und danach gehe ich top, und dann base. Jonny ist da. Ja, aber ist egal. Wenn wir smiten, smiten. Jawoll! Ich gehe top, ich gehe top, ich gehe base, ich gehe danach. Jetzt haben wir mal die absolute Überlegenheit demonstriert. Natürlich, natürlich. Wir sind nichts anderes von uns gewohnt. Jetzt machen wir mal hier den Finish oder so. Das waren die ersten beiden Games, die wir ihm geschenkt haben, wie wir es gesagt haben. Muss man auch einfach an der Stelle mal ganz ehrlich sein. Das war die Strategie. Wir haben ja jetzt erst gewechselt. Ja, komm. Nee, wir werden schon ein hartes Game haben, sonst nicht. Sehr gut. Nice. Jawoll! Ah, richtig schön, richtig schön. Ich habe Johnny. Nice. Wir sind jetzt wieder zusammen. Fünf Leute mit LAN. Keine Chance, einfach. Wisst ihr, was das Problem war? Ich habe top lane keine Tanks gespielt. Ich hätte aber auf Muri hören sollen die ganze Zeit. Ich habe dir gesagt, Mundus, einfach... Du hast es mir gesagt und ich habe es dir einfach nicht geglaubt. Du musst es einfach ignorieren. Ich habe es einfach ignoriert. Einfach finish. Nice. Easy. Really well played. Holy shit. Yes, Mann. Mund nur gehen, wo er will. Ja, das ist natürlich wild, ne? Wenn ihr auf einmal hier anfangen, Positions zu swappen, dann sind natürlich auch unsere Bands nicht mehr so effektiv, ne? Nee, gar nicht. Phil, wie hat es sich eigentlich angefühlt, dass du noch top lane gegangen bist und ich nicht da war? Ja, ich war so verwirrt, ich habe einfach die Minions angeeht. Ich kam gar nicht mehr klar. Ja, dann sind wir jetzt wieder Blueside, ne? Ich freue mich. Mhm. Mhm. Aber wen willst du top spielen? Ich spiel. Ich spiel Azur. Ich bin ganz ehrlich, da steht Mori. Der wird nur scalen. Ich kann einfach Blade gehen und dann ziehe ich dir einfach die Hose aus, auf seinen Tank. Also, was ist denn sonst gut gegen Tanks? Was ist denn sonst gut gegen Tanks? Was ist denn sonst gut gegen Tanks? Ja, weil... Das sind ja ekelhaft Tanks, ne? Also, die sterben halt nicht in der Lane. Meistens nicht. Ass. Look at this ass. Okay, wir müssen das timen. Habt ihr alle dieses Ass Emote? Ja. Ja, aber ich habe es leider nicht, weil ich habe meinen Klein auf Englisch. Ja. Und der schreibt dann das hier. Egal, egal. Ist egal, ist egal. Macht euch bereit, macht euch bereit für Ass. Okay, okay. Und ich zähl runter. Okay. Genau, okay. Drei, zwei, eins, Ass. Ass. Perfekt. Einfach der Ass. Der Booty. Das Mental Game ist schon geworden. Ich könnte auch Senna spielen, aber dann müsste Keksi top Alpa. Ich glaube nicht. Weiß nicht. Okay, los ist sowas weg, ja. Oh, die kleinen Pipis. Was soll ich lieber? Somme Lulu hier spielen. Weil Lulu, lohnt sich das? Weil, also jetzt nur Flay, aber... Oder du pickst Soraka, du pickst Soraka einfach, dann haben wir Mundus Soraka. Aber ganz ehrlich, wir können auch komplett auf Botlane committen und ich try hard mit Pantheon einfach jedes Mal Botlane und wir nehmen die auseinander so. Ja, wir bleiben so bewahren, wir müssen jetzt nur einen Keksli-Pick finden, ne? Ja, aber es ist eher ärgerlich, wenn sie gerade swappen sollen, dann hätte Keks sie jetzt Soraka wegpicken können. Ja. Ja. Ja, true. Ist ja besser gewesen, aber es... Wir können mal. Wir zu, wir zu Aris. Kann sein, dass sie gerade ein Blue invaden. Wir sind alle noch Mist. Oh ne, die sind bei uns bei uns. Ne, unten wieder. Ja. Oh, immer diese... Invades. Komm jetzt mal runter. Ich werde gedreift. Ich werde gedreift. Was auch noch kriegst du? Oh, verdammt. Beide Solo jetzt. Ich habe Ulf, meinst du? Ja. Ja, das hatten wir nicht, oder? Ich bin unterwegs, bin unterwegs, bin unterwegs. Ich komme, Uri. Du warst das? Ja. Ich bin da. Ja. Ich muss dich, glaube ich, verkaufen, oder? Oh, das ist zwei. Alles klar. Ciao. Ja, ja. Verkauf sie, verkauf sie. Verkauf sie, wie du noch nie irgendwas verkauft hast. Das war wahres für wahres. Sehr gut. Ey, das war einfach das Powerplay. Ich sag's. Wahres für Kekse. Bisher jedes Objektiv, wo ich dabei war, 100%. Und die Kekse und Graves ist da. Ihr seid in Unterzeit. Seid in Unterzeit. Seid in Unterzeit. Ja, ja. Okay, wir haben aber einen Kill. Ich kann vielleicht noch einen schmecken. Ja, ja. Ja, ja. Ich hab's. 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 Ich hab' aber. Ich hab aus Holland. Ich hab' nicht den Drag. Vergessen. Der wird der Resetet kurz. Ich bin daran, bin dran. Davon von einer ... ich gebott. Ja. Mori Bottlein, der Rest kann kurz mit aber nicht zu weit raus pushen. Dann haben wir einen Killers. Mori tp. Ich komme, ich brauche ich zub Capit ich bin zu Fuß. ich war gerade noch da wir können anfangen 20 bis 25 jetzt direkt besen und sofort zum drachen die sind auch nicht drauf also ich glaube ich dass es nicht der weg ist du kriegst du nicht tot und du hast super viel gold also ich glaube du musst einfach mit uns verhalten weil wir sind halt ohne dich einfach 8k gold behind in den falls das wird wir brauchen hier ein gutes meiden wir haben ja 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 und jetzt alles sagt bitte wir haben jetzt alle bafs dies in diesem spiel gibt lebt einen traum geht ein weg stelle dich der gefahr jetzt alle sterben ich glaube dass ich dachte ich denke ich bin da bin da sehr zuversichtlich das war so ein geiles game ich habe jedes objektiv bekommen kriminell ist das schön ist dass die zahl einfach in groß daneben steht so und dann entweder entweder erst mit dem auto und tag so schön ist irgendwas raus jetzt schon so das ist kekseli ah lol ich hab meine capture gerade ausgemacht weil ich dachte ich habe auch gedacht das bin ich ich habe gerade mein kabel an also gezogen kekseli kommt in den raum und alle kriege panik die wissen halt nicht was die jetzt erwartet ne das wird halt komplett wild wie ansonsten kannst du auch sowas wie six oder so spielen top die die haben also die werden dich eh rausnehmen sind also man ist jetzt ganz wichtig ne franzi du wirst du wirst du komm wegpicken können man für mich aber ja so ist richtig eklig gegen lux ja aber lux ist ja support das stimmt ja ich bin ja so dann werde ich das zu einfach permanent dann müssen ich glaube es ist ja so beziehungsweise war glaube ich okay ist okay ich sehe uns hier in der runde ich sind wirklich wie gesagt ganz wichtig ist man geil das ist halt und die werden halt so oh mein gott oh jetzt kommt der fiss da bin ich gespannt ist das ist das denn jazoo top lane ne fiss top der fiss also wer er kann beide spielen also fiss super super stark hier der muss wirklich aufpassen ja also ab zwei drei items kanalmundo sogar töten ich wollte gerade sagen du kannst du vielleicht was anderes als ignite mitnehmen irgendwas sicheres nö das geht also ich sterbe einfach nicht also ich spiel ja eh weak side das haben sie gar nicht der jazoo top lane kommt einfach das ast aus dem ärmel na hoppla ja wortet mal weil die werden wahrscheinlich wieder in beiden also einfach alle river entrances hat er mal gemacht mori kx den mensch in dem in den cage am besten ich sag wenn sie in welchen das sehe ich ja wenn der in der mittel sind hätte mir viele in denen das ist es der lange schnitz ging ja so top okay das sollte geswitcht die unehre nach der dann wird es wahrscheinlich bramble was oder ja 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 okay ich komme auch schon eine war er kommt auch Hab ich! Hol den Bluch! Wir gehen weg, kein Problem. Oh, ich bin auch raus. Das war's dann für heute, Leute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao! Ich hab ihn ver... Jawoll! Ich hab ihn! Ich glaube, ich bin so ab. Ah! Also ich hoffe, ihr seid jetzt alle wieder wach nach dem Schrei. Nach dem Kampfschrei. Sorry, ich musste gerade den Challenger-Spieler-Solo killen. Also... Ist das Johnny? Ach, schade. Ach so. Er ist trotzdem... Toplane kann gefährlich werden jetzt. Vielleicht muss er noch Base. Ich werde jetzt mit der Hard-Pushen und dann werde ich versuchen. Botlane durchzelt. Verdammt. Verdammt dich, lieb dich. Und der Mitte, ganz schnell. Ich glaube, ich hab den Fiss noch. Oh! Jawoll! 1-2-1. Ganz schnell mit Lenk. Mori ist einfach... Ein Mundo. Ein Mundo-Legende. Es waren grad äh... drei Top, ne? Ja, das passt. Aber die haben jetzt... Wir verlieren, denke ich. Aber wir kriegen einen... Mit Lenk. Ist das auch raus, ne? Ja. I'm not sure, I'm not sure. Bin da, bin da. Zum Abfangen. Ja, Mori. Ah, das ist... Ne, das ist nicht raus. Ich hab ihn gestumpt. Sorry, war misskoll von mir. Ist also auch so seitdem geflogen. Ich hab Johnny, wenn ihr da seid... Mori? Sehr gut. Oh, wow. Du hast doch mit den Turm, wenn du auch kommst. Ja, ich bin tot. Also, da hätte ich nix mehr machen können. Der kann erst du ult, ne? Ich kann nicht blocken. Pantheon komm, Pantheon komm. Ulti, Ash. Ulti auf Pantheon. Kann ulti. Ich geh raus. Okay, nice. Drache. Drache in 6. Raus, 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 raus. Raus, 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 raus. Raus, 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 raus. Während ich sterbe. Es ist insane. Der Reset dran ist ganz, ganz dringend. Wir werden versuchen den... Soraka. Autoposisch. Ja. Hammer. Sehr gut. Die kann uns, glaube ich, immer noch fighten, by the way. Auch vier gerne für mich. Wir müssen gucken, dass Fist nicht von unten kommt, ne? Das ist ja keine Ölchen, ne? Wo kommt das Fist? Da ist der Fist. Da ist der Fist. Der hat irgendwie 30 Sekunden Kulon. Fisch, Fisch. Weg von mir, weg von mir. Sorry. Sorge charmt. Ja, haben wir. Wokong unten. Wokong unten. Wokong unten. Tschüss auch. What the fuck is that? Ich muss leider beenden. Aber Pech. Oh, die... Ich hab sie nicht. Oh, ist das close. Ich hab beinahe die erste Sprechung. Ja, das war so close mit der... Ja. Junge, aber die Range in Wokong ist mir auch... Ja, ich sehs. Crazy einfach. Kann ich back TP'n? Ja, du kannst das nicht auf TP'n. Kannst auch backporten als was, ne? Ich weiß nicht, ob die zu dir kommen. Nee, kommen sie nicht, verdammt. Ich glaub backporten wäre genauso schnell, oder? Nee, nee. Nee, nee. Einfach poken. Versuch wieder langsam zu spielen. Oh, der Fizz. Ach, scheiße, ey. Der Fizz hier im Sonne ist. Okay, ist das. Ich versuch ein bisschen zu peelen für den Lana. Achtung, die haben noch Dings, Ultimate. Oh, scheiße. Ja, okay. Fizz holt es wieder, ready. No chance. Die Kombo, die Wombo-Kombo ist halt. End of End. Das ist leider vorbei. Den Wokong hab ich richtig gefühlt, Mann. Ja, den hab ich jetzt auch gefühlt. Oh, mega nice, Junge. Ich wusste es schon immer. Der Yasuo wird. Ich sag ja, wer hätte das gedacht? Hätte noch gefühlt, dass... Fünftes Game, Yasuo. Die Liste, kam dich mal an. G, G. Das war echt spannend, ne? Ja. Das war richtig geil. Die Spielqualität war auch echt hoch so. Nice. Hat auch richtig Spaß gemacht. Junge, Mori ist jedes Mal so abgegangen, wenn er irgendjemanden gekillt hat. Komm, also ich hab den von nebenan gehört. Drei Blocke weiter. Äh, crazy. Waren aber auch immer knappe Dinger teilweise, so. Johnny gneite mich, ich gneite Johnny, beide sterben, so. Jo. Aber it's ain't close. Ich fand die ganzen Games ziemlich close, alle, ne? Alle, ne? Ich auch, fand ich auch. Aber hat dadurch extrem viel Spaß gemacht, fand ich. Ja. Ja, fand ich auch. Da war einfach in jedem Game so ein Wendepunkt. So ein Fight, Wendepunkt und dann... Ich muss aber sagen, so als ADC hab ich keine Lust gegen Mori, ne? Wendet mit dem Mund umhinterher. Achso, ich mach wieder rein. Irgendwann ist immer dieser Moment im Fight, wo Mori so ein Target lockt hat. Und dann kommt der Punde weg und dann rennt der hinterher, bis der im Grab steht. Ja, gut. Aber ich mein, wenn's ein ADC ist, so natürlich lockt der ADC. Das ist auch absolut work. Das ist gar keine Kritik. Voll geil. Das hat richtig Spaß gemacht. Und auch richtig spannend mit dem 2 0 zu 2 2. War megacool. Ja. Ja. Well played. Ja. Auf jeden Fall. Und ich freu mich auf Wild Rift Academy 2022. Safe. Definitiv. Safe. Definitiv. Alter. Da sind wir alle aber noch krasser, ne? Also dann... Ja. Dann steh ich neben Mundo auch Tryndamere. Ja. Oh nein. Oha, das ist vorbei. Oha. Also wenn du mit der selben Determination jemand mit drin am Händler herläufst, dann hab ich keinen Bock, Alter. Das ist so blöd. Danke, Jogger. Bitte hinter die Map. Komplett. Auf einmal steht Mori einfach bei mir im Zimmer entspannt aus. Oh, hallo. Also das Beil hätte ich. Oh mein Gott, okay. Also ich glaub, wir müssen ja Schluss machen. Ähm, geil. Ich wünsch euch allen und das Beste. Bleibt gesund und so, ne? Euch auch. Ich wünsche euch auch. Danke für die Games. Danke euch. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Und schönen Abend. Tschüss. Tschüss.